Einen wunderschönen guten Morgen, Ladies and Gentlemen, mein Name ist Rixi und willkommen zurück zu einer neuen Folge Slay the Spires. Schön, dass du wieder eingestaltet hast und wir gehen uns jetzt direkt zum Bossi-Line. Hm, links oder rechts, links oder rechts, links oder rechts, links. So, was haben wir denn da? Uuuuh, okay, das gefällt mir gar nicht, so viel Gegner. Mag ich gar nicht, wenn du in den Sohn... Okay, das bringt uns jetzt gar nichts, leider. Ja, das bringt uns auch nichts. Ja, den hauen wir raus. So, da würden wir jetzt... Ja, da haben wir den 14, würde ich sagen. Zam. Jo, das war's dann. Zugbeenden. Was machen die denn jetzt? Ein Buff auf jeden Fall, aber was? Zauberformel? Zauberformel, Zauberformel. Was? Drei Stärker hält der Brotzug. Uuuuuh. Übel, übel, übel. Sprach die Z... Übel. Ne. Ja gut, den hauen wir raus. So. Uuuuh. 12 Schaden. Bringt uns das glaube ich mehr. Neun? Ja, das bringt uns mehr. Dann hauen wir den rauf. Wenn ich jetzt einmal blocke, bringt mir das nicht so wirklich viel. Komm, raus damit. Ganz einfach. Sechs, zwölf, achtzehn, hauen sie uns jetzt weg. Ah, verdammt ey. Können wir uns nicht selbst recht einen Block geben? Das wäre so schön. Jetzt haben sie mich wieder ein Ritual raus, oder? Stärke. Verdammt, verdammt, verdammt. Fünf würden wir da machen. Sieben. Alle. Das ist natürlich nicht schlecht. Gut. Sehen wir nochmal raus. So. Und den hier. Und... Ja. Das ist die Frage. Wir holen den. Lieber auf Nummer sicher gehen. So. Drei Punkte kriegen wir wieder abgezogen. Leider. Und jetzt steigert sich das noch mehr. Ach, die kriegen immer nur bloß drei. Ich habe gedacht, es würde immer bam 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 gehen. 32 Schaden würden wir damit machen direkt. Auf jeden Fall. Die hauen wir raus. Denn dann würden wir ihn da... Ah, doch nicht ganz gekillt. Schade. Ich habe gedacht, wir würden den gekillt bekommen. Bam! Doch, doch. Wie geil. 50. Alter Walter. Wie krank ist denn das bitte schön. Echt übelst krank. Oh man, ich glaube wir gegen den Boss haben wir echt ein Problem gleich. Wenn ich mir so auf mein Leben schaue. 16 Schaden... Würden wir da machen. 32. Ähm... Kommt da. Wenn man die jetzt raus und bringt uns gar nichts. Na komm. Die auch mal raus. Zamm. Hat gereicht. Warum hat der 48 gemacht? Egal. Wir haben es geschafft, das ist ja Hauptsache. Ähm... Wir schmeißen die Geschicklichkeit raus. Würde ich sagen. Obwohl der Block ist auch nicht schlecht. Ähm... Drei weitere Karten sieht sich aus. Super geil. Wir holen den hier. Okay, jetzt können wir nochmal pennen. Würde ich sagen. Ja. Da werden wir ein bisschen mehr 79 haben. Aber das ist einfach zu wenig. Ich versuch uns. Oh man, ich bin echt gespannt, ob wir das hinbekommen gegen den Boss hier. Okay. Dann mal rein in die gute Stufe. Artefakt. Werd drei Debuffs ab. Okay, Debuffs. Okay, das ist mir echt. Latte Macchiato. Wir werden manchmal 12 Schaden machen. Ähm... Okay, dann hauen wir den raus. Okay. 9, 9. Vorher ist es. Vier mal 13, 12. Okay. Da würde ich sagen, machen wir den raus. Den raus. Und den raus. Sehr schöner Beginn würde ich mal behaupten. Da hab ich mal 30 Punkte abgezogen. Was machst du jetzt hier? Untertan ruchst du? Och nö. Muss das sein? 14, 21 machen die Schaden. So, dann würde ich sagen, mach mal, du, ich bekomme vier Block jetzt pro Angriff. Ja, da brauchen wir doch den und nochmal. So, da hätten wir acht, da hätten wir ein bisschen Schutz. Uff, dein Verunter, was hat er mit deiner Karte gemacht? Warum ist die auch mal weg gewesen? Ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, was hier abgeht. Wir könnten das, wird es drei schwach an. Ja, das machen wir auf jeden Fall. Du verursacht zehn Schaden, tötest dieses Angegner der Gehirn, Untertanen ist er, hältst du trauerhaft. 3 Max TP. Oh, wie assi ist denn das, bitteschön. Verdammt. Mh. 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 Wo ist acht Schaden? Ja, machen wir den hier. So. Mh. 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 Die Karte entfernte. Was passiert da? Mh. 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 hier. Dann hauen wir den Block raus. Dann hauen wir die raus. Nein, ich habe gedacht, ich würde mir noch ein mehr geben. Schade, aber 13 haben wir auf jeden Fall. Geblockt haben wir noch 7 Schaden. Das ist denke ich mal nicht übel. Na gut, ich hätte ihn irgendwie noch holen können, aber das wäre ein bisschen übertrieben, glaube ich. Was machst du da? Gehst du aber ein bisschen blocken. Okay. Sieben Schaden an alle. Gegner, wenn es ein verletzlich an. Würde ich sagen, dann machen wir den erstmal. Dann hauen wir... Dann schlafen wir alle nicht an. Das brauchen wir nicht wirklich. Einen Donnerschlag hauen wir raus. Und den hauen wir raus, würde ich sagen. Ja. Wir brauchen auch hier mal ein bisschen Lebensenergie, mal langsam. Drei Stärke. 21er. Oh Gott, das war es dann für uns. Wir versuchen das mal, aber ich glaube, das war es dann für uns. 10 Blocken bekommen. Die holen wir. Die holen wir. Die? Ja. Naja, das schaffen wir nicht. Gott, das will den packen wir nicht. Das war es dann für uns, würde ich mal behaupten. Ärgerlich, aber ist so. Au. Niederlage. Der Speyer verschlingt den Nächsten. Gut, fortsetzen. Haben wir irgendwas freigespielt? Nein, leider nicht. Schade. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ansonsten, Leute, wenn es euch soweit gefallen hat, lasst mir einen Kommentar da oder ein Abo oder ein Like. Ich würde mich super freuen. Man sieht sich, man hört sich, man schreibt sich. Bis zur nächsten Folge, euer Trixi. Ciao, ciao.